Willkommen in der Smartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Schubkarren im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platt haben wir der Limex Bauschubkarre 100L. Diese Bauschubkarre besteht aus verzinktem Stahlbrech und hat ein großes Fassungsvermögen. Dank der hervorragenden Qualität, der Stabilität und des Vollgummiförderrads müssen sie nicht mit Plattfüßen kämpfen oder Luft hineinpumpen. Der Gartenwagen ist relativ leicht und einfach zu manövrieren, was das Gewicht angeht. Der Behälter ist nach dem Zusammenbau wasserdicht und eignet sich daher perfekt für Gärtner oder Hobbyböhr, um flüssige Vorräte problemlos zu transportieren. Obwohl die Schubkarre nicht sehr preiswert ist, ist sie recht gut verarbeitet und langlebig. Insgesamt bietet sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein sehr nützlicher Artikel, der, wie bereits erwähnt, lange hält und keine Probleme mit Plattfüßen bereitet. Wir können das Gerät ohne Zögern empfehlen. Um zu Nummer 4, haben wir der Schubkarre Karre 67 Liter. Dieser praktische Gartenwagen ist perfekt, wenn Sie sich häufig um Futterstellen, Pflanzen oder ähnliches kümmern und dabei Güter bis zu 50 kg transportieren müssen. Der Wagen ist sehr wendig, bietet Platz für zwei große Gießkannen und meistert dank der leichtgängigen Lenkung und der großen Reifen auch unebene Wege und andere kleine Hindernisse mit Leichtigkeit. Der Wagen sieht schön aus und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das Gerät ist robust, hat einen einzigen hohen, harten Griff und kippt beim Beladen nicht um. Einen Nachteil haben allerdings die missglückten Verbindungselemente der geteilten Griffstange. Diese lockern sich gelegentlich. Da aber insgesamt die Vorteile überwiegen, wird das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis nicht beeinträchtigt. Der Wagen ist ergonomisch gestaltet, leicht zu manövrieren und lässt sich sicher und einfach durch Felder ziehen. Der Wagen ist einigermaßen anpassungsfähig und kann zum Einkaufen und für andere Aktivitäten genutzt werden. Wir können den Kauf getrost empfehlen. Auf Platt haben wir der Däuber-Gartenkarre 300 kg. Die Däuber-Gartenkarre hat eine maximale Tragfähigkeit von 300 kg und besteht aus robustem Kunststoff. Für den Zusammenbau braucht man zwar richtiges Equipment und etwas Geduld, aber die Mühe lohnt sich. Die Gartenkarre hat eine Kippfunktion und ist ähnlich aufgebaut wie ein Bollerwagen, allerdings ist sie wesentlich einfacher zu handhaben als herkömmliche Schubkarren. Auch ihr Rücken wird geschont, denn der Wagen ist einfacher zu ziehen. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Sie bereits Rückenprobleme haben. Der Gartenwagen ist von guter Qualität, relativ leicht und äußerst stabil, Sie können sogar Tiere darin transportieren. Wenn Sie den Wagen zum Beispiel in einem Schuppen aufbewahren wollen, lässt er sich auch leicht umdrehen und nimmt nicht viel Platz weg. Die großen Räder, die Tragfähigkeit, die einfache Handhabung und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis sind weitere Pluspunkte. Der Gartenwagen hat die Maße von 103,5 x 1 und 50 x 92,5 cm und kann bis zu 150 kg kippen. Um zu mal zwei, haben wir der Rolli Toys Metallschubkarre. Diese Schubkarre in Kindergröße wird in einer breiten Palette von Farben, Materialien und Zubehör angeboten. Sie ist für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren geeignet und hat zwei Griffe, die speziell für kleine Hände gemacht sind. Die Schubkarre wiegt etwa 2 kg und kann bis zu 25 kg Gewicht tragen. Der hochwertige kleine Schiebewagen ist perfekt für Sie, wenn Sie ein Kind zu Hause haben, das gerne draußen im Garten spielt oder Ihnen bei der Gartenarbeit hilft. Der Transportwagen ist optisch ansprechend, stabil, kippt nicht um und kann sicher über Berge manövriert werden. Allerdings ist der Rand etwas niedrig, sodass bei Überladung des Transportwagens Gegenstände beim Spielen herausfallen könnten. Dennoch ist er preiswert, einfach aufzubauen und macht den Kindern viel Freude. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist insgesamt sehr gut. Die Schubkarre kann von Kindern ab einer Körpergröße von 90 cm benutzt werden. Und schließend Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Wolfcraft TS 1000. Der Testsieger ist die 2 in 1 Schubkarre von Wolfcraft, die damit die beste Schubkarre ist. Die Konstruktion ist im Wesentlichen faltbar, hat eine Tragfähigkeit von 200 kg oder 150 kg und eignet sich perfekt für den Transport großer Gegenstände wie Gartenmöbel und Brennhelz. Der Wagen ist 61 X5 und 50 X106 und 20 cm groß und lässt sich auf 61 X80 X52 und 50 cm zusammenklappen. Der Transportwagen ist sehr robust, auch wenn er nicht so aussieht, und wiegt nur wenig. Er ist etwa so groß wie ein 40 Liter Sack mit Erde plus eine Kiste Bier oder ein Werkzeugkasten. Der Gartenwagen kann bei Nichtgebrauch schnell zusammengeklappt werden, um Platz zu sparen und ihn aus dem Weg zu räumen. Der einzige Nachteil dieser Technologie ist, dass es schwierig sein kann, die Reifen wieder aufzupumpen, wenn sie Luft verlieren. Dazu müssen die Räder abmontiert werden. Wie immer die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.